Musik Wenn man gerne für sich alleine arbeitet und auch mal seine Ruhe genießen will, ist es halt genau das Richtige. Man kann sich seine Zeit halt eigentlich frei einteilen. Man kommt schön überall rum, sieht schöne Ecken. Für mich ist das im Moment genau richtig. Bei uns als neuer Fahrer bekommt man erstmal in der Firma die Grundkenntnisse erklärt. Und dann fährt man als Beifahrer auf einem LKW mit, mit einem erfahrenen Fahrer, der einem alles in der Praxis zeigt und erklärt, bis man es drauf hat. Musik Ich habe mehrere Monate gebraucht, wenn ich das wirklich drauf hatte. Aber irgendwann hat man das so verinnerlicht, dann funktioniert das. Musik Welches Auto ich wie wohin stellen kann. Von Höhe und Abstand. Das ist am Anfang das Hauptproblem. Mit der Zeit weiß man das auswendig, wie man welches Auto wohin stellen kann. Und da fährt man punktgenaues Autodruck. Musik Man muss konzentriert sein. Wenn man unkonzentriert arbeitet, hat man schnell mal ein Auto beschädigt. Aber wenn man dann hektisch wird oder nervös, dann passieren auch schnell Fehler. Deshalb ist eigentlich so eine Mischung aus konzentriert und entspannt bleiben beim Laden. Also 10er Ladungen an sich hatte ich schon öfters, aber so eine 10er Ladung hatte ich auch noch nie. Und da muss man halt nochmal überlegen, wie ich welches Auto wohin fahre. Ob ich das Auto vielleicht weiter vorfahre oder weiter zurücklasse. Muss man dann immer probieren. Man ist auf jede Ladung stolz. Wenn man die Ladung auf Papier sieht, überlegt man im ersten Moment, ob das jemals passt. Dann lädt man einfach drauf los. Wenn es dann fertig ist, ist man doch begeistert, dass es draufsteht. Musik Es ist schon eine besondere Herausforderung. Wir reden hier über Spezialtransporte im Metallfahrzeugsektor. Also es gehört natürlich eine gute Übung dazu, eine gute Qualifizierung. Musik Das Areal hier in Rackwitz ist eine Fläche von 160.000 Quadratmetern. Auf diesen 16 Hektar Fläche können wir hier über 6.000 Fahrzeuge abstellen. Das heißt, dass wir im Jahr ca. 80.000, 90.000 Fahrzeuge hier bewältigen. Musik Das ist natürlich immer eine Herausforderung und das macht ganz einfach auch persönlich für mich die Situation aus, dass man das sehr, sehr gerne macht. Es ist eine große Familie. Wenn man überlegt, dass wir bei der Firma Moself über 900 Lkw auf der Straße haben hier in Deutschland, geht es ganz einfach nicht anders. Also da darf hier nicht jeder sein Süppchen kochen, sondern ganz einfach, wir sind eine Familie, wir sind ein Verbund. Das ist auch unser Ziel, dass wir das Ganze natürlich auch fordern und fördern. Musik Wenn man irgendwo einen Fahrrad trifft, man kann sich eigentlich immer mit dem unterhalten, man kennt sie auch. Und es ist immer ein lockeres Miteinander. Musik Ein guter Freund von mir, der Lkw-Fahrer ist auch, der hat mir immer versucht, komm mach die Ausbildung, das ist genau das Richtige für dich. Der Hafer füllt deine Zeit für dich, auf deine Ruhe. Im Nachhinein sage ich ja gerade recht. Musik 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 Musik